Das Wichtigste in meinem Leben sind meine Familie, meine Freunde, meine Musik. Für die nehme ich mir Zeit. Den Fernseher drehe ich nur mehr auf, wenn sie sich auszahlt. Und auszahlen tut sich's mit Sky. Die neuesten Kinofilme, die aktuellsten Serien aus der besten Videothek Österreichs. Die meisten davon sogar gratis. So hab ich wieder Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und als andere gibt's bei Sky. Sky, ich seh was Besseres.